Vogelschutzwort Vogelschutzwort Heute, an diesem 30. Juni 2013, möchte ich Sie zu etwas ganz Besonderem begrüßen. Lukas und Vincenz Lübeck haben zu ihrem ersten eigenständigen Klavierkonzert eingeladen. Musik Gäste der beiden jungen Musiker sind Paula Köthe und Holger Zindler. Durch das Programm führt ihr Vater und Manager Andreas Lübeck. Es ist toll, dass so viele bekannte Freunde, Familie hier nach Seebach den Weg gefunden haben. Hallo erstmal, herzlich willkommen in den Eid-Erwürdigen-Hallen der Wasserburg zu Seebach oder wie viele auch kennen, die Vogelschutzwarte. Gut, wir kommen zu den wichtigen Dingen des heutigen Tages. Lukas schüttelt schon in den Kopf. Ich bitte nach vorne, Lukas und Vincenz. Kommt wohl jetzt weiter. Geht's euch gut? Ja. Ich weiß auch, worum es sehr gut geht. Ich habe Ihnen gesagt, es kommt 200 an und das Ticket kostet 50 Euro. Toll, toll, toll. Danke. 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 astonishing Danke. Danke. Gut, Gott. Danke. 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 friendly Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Sie ist blutjung, sieht fantastisch aus, spielt Theater am 3K im Mühlhaus, sehr erfolgreich, singt, spielt Wettminton, auch das sehr erfolgreich, hat vor kurzem ihr Abitur abgeschlossen, auch das ist 13 Tage nicht selbstverständlich und ist definitiv eines der nettesten Mädels, die ich überhaupt kenne. Abgesehen von meiner Freundin, das wird jetzt bei mir. Das hätte jetzt keine Minuskunde gegeben. Aus diesem Tag für uns einen Titel von Leonard Cohen, der mit Sicherheit tausendmal gecovert wurde, kennt mit Sicherheit jeder, und zwar Halleluja. Ich bitte nach Hause den Vincent, nein, Entschuldigung, den Dukas und aus Münchenhausen auch Paula Köter. Applaus Halleluja 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 Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Das war's für heute. Halleluja, 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 Halleluja Am Klavier zu sitzen und zu spielen oder überhaupt am Klavier spielen zu können, ist schon gar nicht schlecht, sage ich mal. Interessant wird es immer dann, wenn man gemeinsam musiziert. Vierhändig Klavier zu spielen, ist eine tolle Geschichte. Da fordert natürlich unheimlich viel Geduld. Man muss auf den Partner aufpassen, man muss auf das Tempo aufpassen, auf den Tank und so weiter. Wenn der Partner mal rauskommt, machen wir mal eine Chance, irgendwo dann wieder reinzukommen. Am Anfang, wenn die Kinder versuchen, da spielt man praktisch einander anstatt miteinander. Wir probieren einfach mal, ob das heute Nachmittag klappt. Ich ziehe dir die Uhr an. Okay, kommt einfach beide nach vorne und mal schauen, was wir hören. Ich ziehe dir die Uhr an. 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 Musik 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 Applaus 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!